Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, Abonnentinnen, Abonnenten vom YouTube-Kanal, treue Leser unserer Beiträge auf RentenBescheid24, die alles herzlichst Gute zum zweiten Advent. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie uns so die Treue halten, dass Sie uns auch begleiten in unserer Arbeit, auch sicherlich kritisch begleiten mit Ihren Kommentaren. Davon leben wir letzten Endes auch, dass Sie uns viele gute Informationen auch geben. Wir können auch nicht immer alles wissen. Und deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich da auch oftmals gute Informationen bekomme über Entwicklungen, die ich vielleicht so noch nicht ganz gesehen habe in Sachen Rente. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für den heutigen Sonntag wirklich einen beschaulichen Advent. Zünden Sie bitte zwei Kerzlein an, gehen Sie auf den Weihnachtsmarkt, genießen Sie einfach vielleicht auch hoffentlich das gute Wetter bei Ihnen zu Hause und gegebenenfalls auch ein Gläschen Glühwein, eine gute Geschichte oder einen guten Film im Fernsehen oder Sie gehen auch ins Kino, was auch immer Sie tun. Aber hoffentlich haben Sie, und das wünsche ich Ihnen wirklich von Herzen, einen schönen zweiten Advent. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie uns bitte weiterhin gewogen. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.